Mir geht es weniger darum, MTM als Paket zu verkaufen, sondern mir geht es darum, zu verkaufen, zu sagen, das ist ein Tool, das ist eine Methode, ein Angebot an die Führungskräfte, was ihnen mit Sicherheit dann auch gut helfen kann, bessere Ergebnisse zu erzielen und die Prozesse, die Abläufe zu optimieren.